Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 und diesmal im Projekt-Community. Und heute mit dabei der Horst Dieter, das ist der Clicky. Hallo. Dann der Randy. Hallo. Der Panjo. Hallo. Und dann haben wir hier noch eine kleine Armee und zwar der Markus, Ram Crusher. Hallo. Der Cookie. Hallo. Der Sven. Hallo. Der Raphael mit F. Hallo. Der Fenty. Fenty? Ah, wo geht der? Ich glaube, der hat kein Mikro. Kenny? Ja. Hallo. Der Julian. Hallo. Der Chris. Hi. Und der Raphael mit PH. Hallöchen. Ja, sehr schön. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die erste Aufnahme zum neuen Projekt und zwar zum Community-Projekt hier auf den Community-Servern, die wir gestellt haben. Und ich denke mal, ihr spielt auch immer auf Hive 4, oder? Ja. Okay, das ist super, weil dann könnt ihr uns nämlich sagen, was wir machen sollen. Weil ihr habt natürlich jetzt hier schon gut vorgearbeitet. Ihr habt die ganzen Geräte. Wir wissen natürlich jetzt gar nicht, was ihr als nächstes geplant habt, falls ihr was geplant habt. Wenn ihr was geplant habt, dann sagt es uns. Also wir sparen gerade auf neue Traktoren. Wir wollen alle Traktoren austauschen. Und ja. Habt ihr Felder angesät irgendwie? Ja, ja. Oder ist irgendwas zu ernten? Soll die Zeit hochgestellt werden? Muss noch was gedüngt werden? Geflügt? Gegrubbert? Was weiß ich. Grubbern wäre da schön. Fällt 16, wächst gerade. Fällt 16, wächst gerade. Fällt 19 und 20, was ist damit? Das müsste gegrubbert und angeseht werden. Er ist zur Hälfte geerntet schon. Also da steht Dings drauf. Ja, da steht noch Mais drauf, vielleicht gerade. Ach, da steht noch Mais drauf. Okay. Dann müssen wir das natürlich mal noch machen. Oh cool, hier ist schon der Tieflader. Das ist ja nice. Jawohl. Ey, Renny, soll ich dich zum Feld fahren? Ich bin schon ein Deutsch. Ach so, schade. So, dann müssen wir natürlich mal schauen. Warte mal, Feld 9 war das gewesen. Oh, dieser scheiß Tempomat. Ich muss es mal gucken, ey. Ich muss es erst mal auf der Map hier wieder zurechtfinden. Wie schnell fährst denn du, Renny? Das muss ich selber gucken. Der rutscht ja, wie so. Habt ihr irgendwie einen Anhänger hier noch rumstehen? Oder steht das alles da oben an dem Feld? Also wir haben zwei am Hoch. Alter. Der rutscht ja. Weiharm hoch. Dann müssen wir mal hier kurz. Um Silo fährt. Braucht man mehr. Ich habe nur noch 5 FPL. Ich räume dir mal Freitag. Habt ihr noch ein Gewicht irgendwo rumgegangen? Äh, so 9 kmh, 19 kmh. Ja, passt. Alle kriegen du hier. Die Gewichte sind da beim Hänger. Bei dem orangenen. Bei dem orangenen Hänger? Bei dem Tieflader. Ach so, okay, super. Ach so, ich könnte natürlich auch mal den grauen Fliegel nehmen. So, ich kenne die Map gut gar nicht. Ja, die ist quasi noch aus dem 13er, aus dem Titanium. So, sehr schön, sehr schön. Dann fahren wir noch ein Gewicht holen und dann düsen wir mal zum Randy und schauen mal, was los ist. Da fänden die ist ja auch schon mit dem Brecher unterwegs. Ich schnapp mir diese Maschine. Wie viel, wie, Moment, wie viel Geld haben wir denn hier überhaupt? Äh, 18.300, weil du dich nicht als Edmund eingeloggt hast. Doch, doch, ich bin als Edmund eingeloggt. Ja, dann sieh das noch daraus. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Boah, hab ich geguckt. Boah, ah, schön hingebaut hier die Gewichte, ey, so muss das sein, so soll das aussehen. Hier stehen drei Kärcher, der Putzplatz, Eimer frei. Ich kümmere mich immer um den Hof aufräumen. Das ist ja gut, du bist der Hofmanager quasi. Nee, ich bin der Hofmanager. Ja, na, dich hab ich gemeint. So, naja, dann fahren wir mal Richtung Randy. Dann müssen wir natürlich mal schauen. Also ihr spart gerade um die Traktoren, äh, ach, scheiße, auszuwechseln. Äh, Feldtechnisch, wollt ihr da noch irgendwas? Oh, Gesundheit. Wollt ihr da noch irgendwas machen? Bei drei Feldern seh ich grad habt ihr. Wollen wir auch noch ein Feld auf jeden Fall kaufen oder zwei? Ja, die Felder sind ja hier so groß. Es reicht jetzt erstmal, wenn du einen kaufstern. Hast du erstmal ausgesorgt. Die Felder sind, ja, die sind sehr gut groß hier auf jeden Fall. Also gerade Feld 18 und Feld 9. Ja, 9, ja. Wenn sie ja schön Feld 8, 9 und 12 verbinden, ist ein Megafeld. Boah, der Julian, der kommt hier rausgedonnert mit dem Quattrack, ey, das gibt's ja wohl nicht. Sehr gut, sehr gut. So, das Feld ist am Wachsen hier, das ist natürlich top. Äh, Clicky soll ich noch eins reinmachen? Bisschen Leggy ist es, ne? Gibt's in your Hoy? Äh, leider nicht. Oh, die machen wir aus. Bei der Kuh, bei der... Auf prozent noch, Randy. Ja, wir hatten noch die uns ja klar. Naja. Das ist überhaupt noch das hat anscheiden. Ja, aber ich fahre jetzt weg. Ja, der Fliegelanhänger ist uhrneis, also das sieht wirklich genial aus. Boah, hierrum müssen wir sagen, sagst du? Ich glaube, das ist etwas zu viel, den zu ziehen, den kleinen Traktor. Also ich habe ja auch so, naja, hat ganz schön zu tun, der Orsus. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Genau aus dem Grund wollen wir die auch alle austauschen. Wo sind wir denn, wo ist die Einfahrt für die A? Was habt ihr denn geplant für Traktoren? Also wir hatten eigentlich geplant, entweder richtig hart zu arbeiten, alle auf T-A zu machen, oder den, äh, großen, ähm, Deutz. Ah, okay. Ich finde den Lamborghini jetzt? Ja. Ja, die DTV. Ach so. So, Randy, du stehst wo gerade. Wie sieht es aus mit dem BDA? Ich wollte es voll machen oder... Ich wollte es da hinten. Nee, ich bin nicht hier unten und du bist fertig. Ach nee, da steht noch ein bisschen was. Ach nee, da steht nicht noch ein bisschen was. Das ist der Kacker. Was ist mit Feld 20? Ist da noch was drauf? Den Verbrunnen. Die Felder. Ach, na eben. Ey, cool. Ja, dann bin ich jetzt umsonst hier runtergefahren. Genau so wie ich. Gut, dann sollten wir natürlich, ähm, Feld 19 und 20, was er ein Feld ist, sollten wir natürlich ansehen neu. Beziehungsweise erst rübern. Oh, Sven, du hast ja auch was vorgenommen mit dem Ohr, so ist alter Schwede. Ja, da bist du, ja. Der arme Traktor. Der bockt dich schon. Zeitluppen, Zeitluppenkupern. Habt ihr eine Direktsaat? Achso, nee, warte mal. Direktsaat? Was hat man nur Direktsaat gesagt? Ja, ja. Weil ihr meist drauf war, müssen wir ja grubern, ne? Habt ihr noch einen Gruber? Ja. Wir haben zwei, die ganz großen Gruber und zwei kleine. Okay. Ähm, dann lasse ich den Anhänger, den einen. Was wollt ihr hier ansehen? Was habt ihr geplant als nächstes? Auf welchem Feld? Äh, hier 19, 20 und ein Bier. Machen wir eigentlich hier mal Mais, weil man das... Aber wollt ihr nochmal Mais machen? Dann könntest du den einen Anhänger hier mal stehen lassen, oder? Ja, wollt ihr... Jetzt hab ich die Falschisiermaschine mitgenommen. Wir wollten mal aber treffen, den Mais, da unten. Ah, okay. Ich hör mal den Anhänger... Ich hab' die Karte, die kommt hier oben getriffen. Äh, das Ding, Alter, das... Das ist der Nose bei dir, Mensch, ey. Getrunken. Da ist ein bisschen wenig Luft hinten auf dem Reifen. Äh, ja. Alter, später. Okay, das mal an hier. Wow. Äh. Das ist ja heftig. Okay. Bei den kurzen Züggungen hier noch mit drinne, das kommt richtig gut. Ähm, seht gerade irgendjemand auf Feld 19, 20 an, wenn das nämlich nicht der Fall ist? Ja. Söte ich auch? Ich würde erst ansehen und dann Zeit hoch stellen, ne? Auf Feld 19. Ja, wir könnten theoretisch die... Naja, doch, könnten wir... Ja, wäre schon sinnvoller wahrscheinlich, erst anzusehen alles. Ja. Ja, stimmt. Oh, warte mal, wer kommt denn da vorne? Der wollte mit mir tauschen, hat er gesagt. Der Julian wollte mit mir tauschen. Ja, könnt ihr mal gerne machen, aber ich... Ey, das ist cool. Ich geb dir nur den Quadrat, weil den Hänger brauche ich. Das ist in Ordnung. So, dann kann ich mir nämlich mal den ganz großen Gruber holen. Oh. Man, das ist grobe. Oder was? Ja, das ist ein Gruber. Oh, Entschuldigung, Julian, aber es leckt ein klein wenig, das ist das Problem. Wie läuft es bei euch so? Leckt es auch, oder? Ja, ne, geht schon. Eigentlich gar nicht. Also, wenn bei mir... Gar nicht. Also, ich habe Mikro-Rugel halt auf dem Sinne. Da kommen ganz, ganz kleine Zuckungen nach uns. Ja, ja, so Mikro-Rugel. Boah, Tino, ey. Na, na, na. Das ist für Big Daddy das Teil, mein Freund. So, einmal zur BGA, den großen Gruber dran und dann wollen wir mal ein bisschen Action-Checksen machen. Könnt ihr die Zeit ein bisschen draufstellen, wegen dem Feld 16? Also, wie gesagt, ich würde es erst machen, wenn... Also, so lange, wie wir es nicht ansehen, können wir es machen. Sobald jemand ansehen, wäre es blöd. Aber wenn wir es noch nicht ansehen und nur grubbern, dann kann man die Zeit schon ein bisschen hochnehmen. Das ist kein Problem. Seht denn jemand an, auf welch 19, 20? Gut, sowieso hast du eine Rille gefahren, ne? Gut, na dann, lassen wir es mal kurz ein bisschen laufen. Sagt dir Bescheid, wenn das Feld oben fertig ist? Ja. Ach, hier, BGA habt ihr auch schon drei Silos abgedeckt? Aber die sind nicht voll, oder? Na, die sind nicht ganz voll, weil wenn man die ganz voll macht, dann fängt es übelst an zu lecken. Ah, okay. Wo ist jetzt der Gruber hier? Irgendjemand hat... Die sind am Hof, die ganzen Gruber sind am Hof. Ne, die sind am Hof, die sind am Hof, die sind am Hof. Ja, da ganz hinten, wenn du die zweite Ausfahrt hinten nimmst. Ja, bei der hinten Ausfahrt aussieht was. Achso, okay, dann gucke ich da nochmal hin. Komm, noch ein Stück hin, dann. Das könnte der Gruber sein, der Bescheid... Wow. Alter. Aber ich glaube, das liegt eher an den Mikrolex, dass die Fahrzeuge so driften. Ja, der driftet auch so. Ehrlich? Ja, der driftet auch so. Also, wenn du viel hinten drauf hast, driftest du auch viel. Und die mit Gelenk driften sowieso, Tino. Also der New Holland und der Quad Truck, die driften extrem, wenn du sogar einlenkst. Also ich finde, das haben wir jetzt mal ein bisschen unrealistisch gemacht. Ja, ein bisschen zu viel. Randy, hast du was gesoffen oder wie fährst du da, Schlangen-Gilion? Natürlich eine schöne Leckparty hier. Ja, ja, ja. Erste Bahn gleich fertig. Erste Bahn gleich fertig, gut. Ja. Dann fang ich auf... Nach da hinten bist du, dann fang ich auf der anderen Seite vom Feld an, also unten quasi. Soll ich auch noch mit einer Seemaschine kommen? Äh, Seemaschine bräuchst man hier unten anfassen. Also ich bin gerade auf dem Weg mit einer Seemaschine. Da, gerade. Unter. Können wir ja ruhig mit zwei anziehen, ist das Problem. So. Benty brauchst du zur Zeit den Joranen mit der Wallenkarte. Hat irgendjemand gar nichts zu tun? Ich warte. Ich warte, bis die Gärung vorüber ist mit der Silage. Weil mein Auto steht oben am Hof, das könnte mal ausgesaugt werden. Na mach ich. Die Scheißarbeit wieder. Oder die Frau. Weißt du, was ich hasse? Frontscheibe putzen. Das könnte mal gemacht werden von innen. Das ist das Schlimmste, was es gibt, ey. Frontscheibe von innen putzen. Das ist eine einfache Lösung. Fängst du einen Steinschlag ein, lässt es kostenlos bei Korgler das wechseln. Habe ich mir auch schon überlegt. Entschuldigung, hast du wieder eine Sauber. Kostetlos, aber nur wenn du in der Teilkasko keine Selbstbeteiligung hast. Ja, habe ich ja nicht zum Beispiel. Ach, du hast keine? Nö. So, das ist doch mal jetzt eher was ordentliches. Der Quadrat mit dem großen Krober hinten dran, ey. So läuft das doch. Meine kurze Frage, welche Fahrzeuge haben gerade wenig Sprit? Also ich habe noch 1400 Liter. Ich habe noch 100 Liter. Weil ich habe in den Tankwagen gerade. Dann würde ich mal rumfahren. Hier wird erstmal Gülle gefahren. Ist erst Gülle fahren, okay. Also erst Gülle dann ansehen, so macht ihr das? So ist es eigentlich auch im Real Life. Also ich muss sagen. Ich hätte es jetzt andersrum gemacht. Nee, nee, er hat schon recht. Aber ich muss sagen, das ist schon, das finde ich schon ein bisschen wie geil, wenn ihr das so realistisch spielt. Dann viel Spaß. Gefällt mir. Wow. Dann reihe ich mich hinter dir ein. Ist oben das Feld mittlerweile fertig? Nein. Nicht gut. Und welche Seite kann ich anfangen mit sehen? So. Da wo Randy gerade ist. Nein, Marco, es wird erst Gülle gefahren. Fahr da wo Randy ist. Dann kannst du hinter der Gülle fahren. Erst wird Gülle gefahren. Vorher passiert ja gar nichts. Kannst du schön hinter der Gülle fahren. Ja, finde ich wirklich gut, also dass ihr das so macht, wie es auch wirklich ist. Finde ich klasse. Weil wir machen zum Beispiel, denke ich mal, dann immer den Fehler, wir, oder nee, warte mal, wie ist das beim Düngen? Wir haben ja bestimmt ein paar Auskenner dabei. Ist das dann auch? Erst düngen, dann, nee, eigentlich erst ansehen, dann düngen, oder? Nein, kunst tun wir es so, ja. Das mache ich auch immer. Aber du bist ein bisschen leise, deswegen wiederhole ich das jetzt einfach nochmal. Also spritzen ist kurz vor der Ernte und düngen ist gleich nach dem Ansehen. Ja, na dann machen wir das doch richtig, Randy. Oh, oh, oh. Wussten wir. Natürlich, da stehen zwei Wörter. Ja, da gibt es ja auch einen Mod, da musst du das jetzt sogar so machen. Sonst funktioniert das nicht. Ach so? Bei dem Soil-Mod, da musst du erst draufhauen, da musst du das einkrubbern, und dann drüberfahren und dann düngen. Da kommt sowohl drauf an, welchen Dünger du nimmst, aber das gibt es ja leider von 15 noch nicht. Ach so, das gab es von 13 noch. Ja, zum Schluss kommt er damit. Ah, okay. Und noch alles. Und das ist ja super. So, naja, mal gucken, hier, die erste Folge, da werden wir ein bisschen brauchen. Ich sehe, jetzt kann man eine kurze Zeit runterstellen, weil wir sehen gerade. Also, ja, wäre irgendwie schlauer. Das kann sein. Also, wenn du Tabulator drückst und quasi in kein Fahrzeug reinkommst, dann sind alle Fahrzeuge belegt. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge ihr habt insgesamt zum Mitdrechern. Ich mach mal 10 ein, wartet mal. Okay. Oh. Da war er, ey. Eben. Oh, der haut dir die Kacke aufs Feld, ey. Mach du, Cookie. Okay. Anders nicht. Holt ihr alles aus der BGA, die Gülle, ne? Ja. Nutzen. Was? So viele? Weil da müsste ja noch ein Fahrzeug, müsste ja von jedem Fahrzeug da sein. Warte, ich weiß noch mal, zählen. Hm. Eben. Hm. 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 Das ist schon wieder soweit. 16. Unglaublich. 13. Und Fahrzeuge. So, na gut, meine lieben Freunde. Das war's erstmal gewesen. Der erste Part, neues Projekt hier vom Computer-Server. Und wir sehen's natürlich morgen wieder. Vielen Dank, was du zugeschaut hast. In dem Sinne, schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr die anderen Kanäle und ein Däumchen nicht vergessen. Dann bis morgen. Tschüss. Ein Däumchen für den Timo. Timo. Tschüss. Tschüss.